So, Stricktrick. Ja, okay. Gut, das klingt ja schon mal. Ach herrje. Was ist das? Ich habe Angst. Ich habe Angst vor roten Igeln. Du, du, komm her, du komisches grünes Fass. So. Wow, das haben wir gut hinbekommen. Wie üblich, ne? Richtig, richtig professionell die Biene getroffen. Nicht, ja? Wow, warum kommt die? Warum bewacht die andere hier den Abgrund? Moment, komm, komm du mal bitte her. Hui. Oh, ab. So, hoch da und da und rüber auch. Ja gut, wenn die schon sagen, da runter, dann nehme ich natürlich das Bonusding mit. Hey. Bonusrunde. Ja, sammle 30 Sterne. 30 Sterne, die holen wir uns ganz flott und ganz schnell. Überhaupt kein D... Oh. Doch, ein Thema. Die Zeit, die verfliegt wie im Wind, ja? 40 Bonusmünzen. War mir nicht gut. So. Danke, Grüner. Oh. Apropos O, da ist ein O. So, ich habe Angst vor diesen Dingen. Ich möchte da... Wahrscheinlich kann ich die da reinrollen. Oder irgendwie. Aber ich möchte es ehrlich gesagt nicht probieren. So. Dü, 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 dü. So. Gut, keine Ahnung. Ach, die... Die fahren jetzt in andere Richtungen. Okay. Das nehmen wir mit für... Ah, für den da. Oh, das N. Das ist ja nett. Zwei von denen. Okay. Hui. Donk. Okay. Das war sehr vielversprechend. Wow. Nein, nein, nein. Alter. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe. Aber irgendwie ging es ja doch. So, ich könnte hier... Kongfass, aber ich brauche... Runter. So, okay, okay. Nein, okay, okay. Böse Igel. So, ich fliege einfach drüber. Ja, zum Glück mit... Also mit Dixie hat man hier schon echt ein leichteres Spiel, muss man sagen. Geh. Oder auch nicht. Ja. So. Okay, hier ist... Ach, mein Freund. Okay. Hui. Gut. Haben wir. Puh, das Ende ist da. Da bin ich ja sehr froh. Und? Und? Rufezeichen? Nee, kein Rufezeichen. Ja, ist aber okay. So. Baffles Code-Raum. Schau an, es ist Kitty. Gestatten Baffle, der Herr aller Codes. Momentan quäle ich mich mit einem Code-Raum. Es gelingt mir einfach nicht, ihn zu knacken. Ja. Okay. Tschüss, Baffle. Ist okay. Ja, vielleicht haben wir ein Code-Knack-Buch irgendwann mal. Dass wir dir dann schenken können. Hüllen, Hollerö. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Fünf. Okay. Ich muss rechtzeitig speichern gehen. Ich schalte lieber auf Dixium. Und den nehmen wir natürlich mit. Was ist das? Ach, ey. Geisterfässer. Das ist ja... Super. Aber wie fies ist das denn bitte? Ah, ja. Ah, ja. Was? Das ist random? Du wirst mit der Verarschen. Ja, das ist random. Super. Das... Das kann ja lustig werden. Das... Ich sehe das schon kommen. Das wird ein richtiger Spaß. Ei, ei, ei. So. Ist... Moment. Ich möchte... Nein, nicht so. Ich möchte da kurz gucken. Haben wir da eins gerade nach oben auch? Ne. Ja, offensichtlich nicht. Na gut. Dann machen wir hier weiter. Ist okay. Nein. Da oben ist ein Fass. Nein. Super. Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Hey. Wow. Äh, ja. Hier. Gut. So. Weiter geht's. Einmal den Vogel kurz kaputt gehauen. Und dich nehmen wir mit. Ist okay. So. Das kann nehmen wir mit. Ist okay. Das ist voll fies. So. Einmal den. Und einmal den. Und dann überhaupt nehmen wir den auch nochmal mit. Und rein da. Nein. So brauche ich nicht. So auch nicht. So. Ist gut. So. Zack. Und wenn wir schon mal da sind. Nein. Ernsthaft. Doch. Dixi. Komm doch wieder zu mir. So. Okay. Weil ich wollte eigentlich den da machen. Hui. Was? Was? Hui. Ah ja. Danke. Ja. Super. Für zwei so blöde Münzen. Das zahlt sich aber jetzt echt nicht wirklich aus. Ähm. Nein. 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 Warum muss das random sein? Ja. Okay. Ich möchte ehrlich gesagt nach oben. So. Und das O. Wunderbar. Dicker. Dicker. Ah ja. Jehey. Danke. Danke spielvoll. Nett von dir. Das ist dafür nicht so nett. Moment. Kurz abklatschen. Ne. Der du. Das war voll doof. Nein. 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 Ich möchte da rüber. Ja gut. Aber jetzt schaffe ich es sowieso nicht mehr. So. Ich möchte. Toll. Die Mitte ist hier. Ja. Guck. Komm. Egal. Und. Hui. Ja. Ich wollte es mal versuchen. Eieiei. Ah. Da ist die Mitte. Das ist ja schön. Na wenigstens irgendein Blick. So. Gut. So. Hui. Oh. Die Spinne. Ich glaube die bringt mir sehr viel hier. Moment. Die Spinne. Dann laufe ich mit der Spinne jetzt nochmal kurz da zurück. Weil das müsste ja theoretisch hoffentlich gehen. Oder ist das Level dann vorbei. Aber das machen wir jetzt mal kurz. Nein. Ja super. Ach komm. Ja. Ich komme da sowieso ohne. Ohne. Aber diese. Die. Ja. Diese Feste. Also die sind echt. Also die sind das Schlimmste überhaupt. Diese Feste. Wie viel Leben habe ich eigentlich jetzt noch? Eiei. Noch fünf. Okay. Das passt. Dicker. Toll. Jetzt kann ich da. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich komme. Ich mache das Level einfach fertig. Ja. Gucken können wir dann ja später immer. Ähm. Mal kurz abklatschen. Kommst du bitte zurück? Nö. Kommt er nicht. Okay. Dann vielleicht hier. Ja. Okay. Hä? Ich check das nicht Okay, muss ich wahrscheinlich hier Moment Was, warum? Achso, das ist alles mit der Spinne Okay, ja, gut, vergiss es Vergiss es, ist alles nicht so tragisch Nein, nein, nein Ich hasse diese Also diese Fässer, die sind echt Und ich komm nicht mal da rüber Ich bin so schlecht, ich schaff's nicht mal da rüber Ich bin begeistert von mir Wow Ja, ja, ich weiß, dir gefällt das, dass du So Guck, mach mal den da So, mach mal den da, ist okay Okay Ne, super Ja Yay Super Müssten wir ein bisschen langsamer rollen, irgendwie Hui Gut, so auf jeden Fall mal nicht Und dann können wir das da Hui Nö Ach komm, weißt du was Ich muss das Level sowieso nochmal machen Toll Random Ich liebe es Super Toll Wie, wie soll Alter Du willst mich doch echt verarschen, oder? Super Ja Ich hab kein Ja, genau Mir fehlen die Worte Mir fehlen die Worte Spiel Ja, genau, danke So Nein, nicht du Nein, nein, nein Dräng mich nicht Hetz mich nicht rein Nicht reinfetzen So Das war so klar Okay Selbes Ergebnis Ja, genau Okay Ich hab keine Ahnung Komm, genau Ich wollt grad sagen Bitte, bitte Ziel Danke Gott sei Dank War das Level Ja Das Puh Puh Schwierig 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 Jo Schwimmen 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 Kann ich da runter? Ja Oh Ups Ähm Okay, so läuft das Na gut, dann Ja Geh mal wieder rein Toll, da purzel ich über den Wasserfall runter und bin gleich aus dem Level draußen So, okay Moment, da wahrscheinlich, oder? Kein, kein, kein Vogel Wird hier am Kanal Auch kein Vogel Okay, keine Bananenvogel-Chelle Hitzeblitz-Witz Zungenbrecher, oder was? Ah, oh, oh Neuer Hintergrund Was macht das Ding da? Ich hab Angst Was? Okay, die Befürchtung ist Dass ich hier wahrscheinlich irgendwie Vom Blitz geröstet werden kann Warum hab ich mich jetzt von diesen Käfer Ich mag diese Käfer nicht Ich muss hier wahrscheinlich echt aufgerissen Aufpassen, dass ich nicht vom Blitz getroffen werde, oder? Genau, okay Ich darf natürlich nicht im Wasser sein, wenn es blitzt Macht Sinn, irgendwie Also irgendwie zumindest Das macht Sinn, ja Macht Sinn, ja So Wow Der hätte mich beinahe getroffen Wahrscheinlich ist jetzt alles random, wo der einschlägt, ja Wow Oh, schön Moment, da ist eine Banane Schnell ins Bonusfass rein, bevor mich der Blitz trifft So Besiege alle Gegner Rufezeichen Das schafft man Yay Yay Oh, oh Yay 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 Toll Ich bin so ein Trottel Ja Das ist Glorreich Wo war das? Da Nochmal rein Ai, ai, ai Ai, ai, ai Wir schaffen Es ist schon aus dem Wasser raus Aufs Käfer springen ist halt schon in gewisser Weise schwieriger Aber komm, wir haben es geschafft Yeah So, schnell darüber Nicht ins Wasser rein Ihr wisst warum Weil Gewitter Gewitter und Wasser ist prinzipiell Schlecht Toll Wie soll ich Wie soll ich das jetzt Wie soll ich das jetzt Bitte Oh ja Gut Ja, das haben wir toll hinbekommen Wie soll ich dem Blitz jetzt ausweichen? Kann mir das jemand sagen, wie das gehen soll? Weiß ich jetzt echt nicht genau Hm Ja, keine Ahnung Toll Ich hab keine Ahnung, wie ich dem Blitz jetzt ausweichen hätte sollen Wow Ja Ja, ich hab keine Ahnung Wie soll ich dem Blitz ausweichen, bitte? Kommen die nur an gewissen Wahrscheinlich kommen die nur an gewissen Stellen runter, oder? Ah, okay Wenn's ein bisschen Ah, okay Jetzt check ich's Okay, es kommt Nee Ich check's doch nicht Okay Ja, keine Ahnung Wenn ich oben Okay, da Okay Es kommt oben ein kleiner Blitz Und dann kommt ein großer Blitz Okay, hier kommt ein großer Blitz Genau Okay, passt Hab's gecheckt So Da kommt wieder ein großer Gut Da kommt wieder ein großer Da kommt auch ein großer Mach die Biene tot Willst nicht Okay Nein So Abwarten Hei hei Abwarten So Bitte einmal rösten Danke Dann dich Nein Boah Nein Jetzt habt ihr mir das fast weggemacht Das ist nicht schön gewesen So Runter da Und der Mittelpunkt Das ist ja schön Praktisch Und kann ich da rein Nein, da kann ich nicht rein So Moment Blitz So Ja, röste die Biene Sehr gut Die Bienen sind natürlicher Schutzschild gegen Blitze Wie's aussieht Das war nicht gut War aber irgendwie abzusehen Jetzt bin ich natürlich wieder sehr ungeschützt Ah, ich Ah, diese Käfer Danke, dass du mir den Käfer geröstet hast Lieber Blitz So Ich gucke jetzt echt relativ Streng nach oben Okay Die Biene Wow Die Bienen sind quasi ein natürlicher Schutzschild gegen Blitze Irgendwie So Käfer Mag ich nicht Oh, ein Bonusfass Das ist ja schön Das nehmen wir natürlich mit Das Bonusfass Schnapp dir 15 Bananen Und weiche wahrscheinlich währenddessen den Blitzen aus, oder? Ja, natürlich Blitz Das Bonusgame Das ist so lustig Und ein Blitz Er will mich treffen Doch tut's nicht Weil er schlecht ist Es ist ein schlechter Blitz Yay Keine Chance Er hat mich nicht getroffen Und ich hole mir die Bonusmünze Jetzt Ja, gut Läuft Läuft halbwegs richtig Oh, sogar Didi Das ist ja schön Hui Ich habe keine Ahnung, warum Dass ich das gemacht habe Ich möchte ja ehrlich gesagt Oh, oh Ich wollte gerade sagen Aber ich möchte das kommen So, komm Das schaffen wir jetzt noch Muss ich nur kurz warten Bis es geblitzt hat So Ah, der Käfer Der Käfer kann unter Wasser leben Das ist ja schön So, einmal den da Nein Abwarten Ei, ei Nein Na super Nein Ei, ei, ei Diese Blitze Da ist noch einer Kurz vorm Ziel wahrscheinlich Na toll Könntest du nicht Die kaputt machen Lieber Blitz Das wäre so schön von dir Na Gott Gott sei Dank Oh, ich glaube Wir haben alle Boni Weil die Fahne relativ weit oben weht Das ist ja toll Oh, da haben wir Fast alles geholt Ich bin begeistert So Gut, dann würde ich sagen Gehen wir kurz speichern Ja Und dann mache ich eine Pause Weil ich nehme eh schon wieder lange auf So, was haben wir hier jetzt Oh, Rinky Pen schon wieder Ja, einmal speichern Und wir haben schon 58% Das ist schön Gut Also dann Ähm Bis Bis zum nächsten Mal Bis gleich Leute Tschüss Ja Ja Toll Vögel fliegen hier rum Also Tschüss So Neue Aufnahme für mich Und wir gucken weiter in die nächste Welt Coindosis Kollision Oh, das hört sich ja interessant an Ei, ei, ei Ähm Hoffentlich ist das kein Kein so ein Schlittenrennen Ding Aber Ne Oh, was ist denn das? Hilfe Was? Ach, ey Ah, okay Moment Gut, also der schubst mich Und ich kann aber raufsteigen Oder wie? Komm her, komm her Warte, was, was Stopp, stopp, stopp Hilfe, Hilfe, Hilfe Bei die Dinger Äh, wie habe ich das jetzt geschafft? Ich bin da einfach durchgesprungen Boah, diese Kollisionsabfrage Die ist ja schrecklich Das Ich sehe schon Wir haben da sehr viel Freude mit dem Das wird lustig Ach, ey Kann ich die gleich zusammenrollen? Nö Gut, wir bautzen da nur ab Ja Boah, Alter Wie, wie nervig sind die Viecher, bitte Oh, Silberwitze Haha Sehr schön 58 Super Brauche ich die eigentlich? Nein, nein, nein Nicht noch Ja Das fängt ja schon gut an So, passt Und rüber da Und hoch da Nein, nein, nein Nein, nein, ich nicht da Alter, der Stoß Oder darf ich nicht Gegendrücken? Oder darf ich nicht gegendrücken?